Einen wunderschönen guten Tag hier auf der Bindelbach zu einer neuen Runde LS15 im Goit. Let's play! Der Drescher war das letzte Mal hier fleißig am Rapsdreschen. Leider ist von dem Feld nicht wirklich viel runtergekommen. Wir haben jetzt hier gerade mal 10.400 Liter. Die werden wir jetzt gleich mal hier am Bahnhof wegbringen, dass wir ein bisschen Kohle kriegen. Ich hoffe, dass wir hier reinkommen. Tor. Ah, doch. Geht schon auf. Ja, genau. In die richtige Richtung natürlich. Ah, okay. Schöne Animation mal von dem Tor. So, er gab gerade etwas Komplikationen hier in dem Spielstand, da ich eigentlich gedacht habe, ich hätte den Need-Mod irgendwie drin, aber irgendwie hat er gerade nicht funktioniert. Jetzt funktioniert er wieder. Etwas seltsam, die ganze Geschichte, aber okay. Ich bin jetzt froh, dass das alles so funktioniert, sonst hätte ich hier wieder rumbasteln müssen. So, wir schicken den Zug los. Das funktioniert auch. Sehr schön. Und dann müssen wir uns mal um unser Fahrsilo kümmern, dass das festgefahren wird. Und da werden wir mal wieder einen Curseplay-Quiz anlegen. Jetzt fahre ich nur den erst mal wieder zurück auf den Hof. Ich hoffe, dass ich den jetzt auch finde. Und fahre ich hier schon mal falsch, oder? Wo komme ich denn hier hin? Okay, hier komme ich nicht weit. Das war falsch. So, 11.000 Euro haben wir dafür gekriegt. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ballenwagen muss ich noch austauschen. Das war ja die Geschichte in der letzten Folge, dass ich da leider den falschen mit reingenommen habe, wieder mal. Da werden wir hier auch den Fortuna, denke ich, mit reinnehmen. Da der ja doch sehr gut funktioniert. So, jetzt muss ich hier nochmal schauen. Am besten ist, wir fahren... Hier mal rechts runter. Das sollten wir eigentlich... Ach, hier ist auch nochmal ein Rapsfeld. Das könnten wir eigentlich gleich... Dann lassen wir den mal hier. Da können wir schnell mit dem Drescher so umziehen. Stellen wir den hier mal seitlich hin. Und holen uns... Ja, der ist noch auf Parkstellung. Den holen wir uns mal schnell. Das Feld da drüben schaut nämlich auch so aus, als wäre es gedüngt. Das wäre ganz angenehm. Oha, da komme ich schon mal nicht rein. Wo komme ich da am besten auf das Feld? Ja, fahren wir hier rein. So, einmal aufklappen. Dann starten wir hier. Dann starten wir hier. Ja, das ist wenigstens gedüngt. Hoffe ich, dass hier mal ein bisschen mehr runterkommt, als beim letzten Feld. So, helfe rein. Schauen wir mal, wie lange er von selber fährt. So, ja. Gut, ich nehme jetzt trotzdem erstmal Ballen fixieren und bringe die mal zum Hof hoch. Den benutzen wir jetzt auf jeden Fall, solange wir hier noch das Zeug auf dem Feld rumliegen haben. Und dann werde ich den wieder offscreen austauschen. Ach, den Hänger habe ich noch nicht zurückgegeben. Ja, ich habe in der Zwischenfolge nämlich das eine Feld hinten noch fertig gehäckselt und habe dafür einen LKW gemietet. Mit einem etwas größeren Anhänger. Dass das Ganze zügiger vonstatten geht. Ich würde jetzt sagen, wir stellen die Ballen mal hier hinten rein. Schön hier durch die Reifen durch. Gut, dass die keine Kollision haben. So, dann stellen wir das hier mal ab. Äh, nein. So, jetzt und einmal Taste O, bitte. So, genau. Das mal. Und dann holen wir noch die zweite Ladung hier ab. Einmal Ballen. Und ja, jetzt müssen wir dann ziemlich bald mal Kühe hier organisieren, dass wir auch in dem Bereich was zu tun haben. Ähm, naja, genau. Den habe ich wieder raus. Mein guten Shuttle- bzw. Schieberegler-Mod habe ich wieder raus. Erstmal, der hat nämlich ein bisschen Komplikationen insoweit im Multiplayer gemacht, dass dann der normale Tempomat nicht mehr funktioniert hat. So, und somit habe ich den jetzt erstmal raus. Genau, was ich noch gemacht habe, hier hinten den Streifen habe ich jetzt Wiese oder Gras gesät, dass das eben kein Feld mehr ist und dass Curseplay dann nur noch den vorderen Teil vom Feld erkennt. Und, damit das eben auch alles mit den Funktionen hinhaut. Und, ähm, ja, dass ich im Endeffekt Curseplay hier uneingeschränkt fahren lassen kann. Das ging einfach mit dem Streifen da hinten drin nicht richtig. Da hätte ich jetzt zu viel Zeit verbringen müssen, da einen passenden Kurs dafür irgendwie zu generieren. Und das war mir jetzt einfach zu blöd. Deswegen habe ich da jetzt schnell Gras hingesät und dann ist das Thema nämlich erledigt. So, einmal hier rum und den... Nochmal hier hinter. Ups. So. Jetzt machen wir aber hier die Abladeseite nach hinten. Ups. Falsch. So. Einmal rückwärts. Und abladen. Und fertig. Dann lassen wir den gleich hier stehen. Äh, den... Parken wir dabei mal hier hin. So, dann, ähm, den... Den, den, den... Genau, der hat Gras noch. Beziehungsweise der ist geladen. So. Du magst mal wieder nicht. Das ist schade. Dann helfen wir dir mal weiter. Um die Feldecke hier rum. Einmal so. Und... Ja, was hier noch ein bisschen komisch ist. Eigentlich sollte die Karte, ähm, Chopped Straw unterstützen. Ich hab ihn auch drin, aber irgendwie funktioniert er nicht. Warum auch immer. So, jetzt muss ich aber ganz kurz mal hier raus tappen aus dem Spiel. Damit ich mein... Timer hier wieder sehe. Genau. So. Gut. Das passt. Den hat man gerade. Den hat man auch. Den hat man hier. So. Genau. Achso. Den... Hänger muss ich noch zurückgeben. Genau. So. Gut. Dann fahren wir mal hier zurück ins Fahrsilo und schauen, dass wir das noch festkriegen hier. Damit wir da auch bald unsere Silage dann rauskriegen. Ja, Wiesenmähen ist dann auch mal angesagt. Hier haben wir extrem viele Möglichkeiten. Also, da wird es definitiv nicht langweilig. So, jetzt schau' ich mal. So, dann... Guck mal hier doch mal, wie wir da am blödsten einen Kurs einfahren. Und Kursaufzeichnung beginnen. Und... So, Punkt 1. Gut. Na. Rückwärtsfahrt rein. Und wieder hier... Schön zurück. Dann fahren wir hier einen leichten Bogen. Und sagen vorwärts wieder. Und stoppen den Kurs. Und sagen hier mal... BGA 2. Festfahren. So, dann schauen wir mal, ob der das so macht, wie ich das gerne hätte. Erster Wegpunkt. Start. Oder ob er sich gleich festfährt. Das wird jetzt das Spannende. Ne. Funktioniert. Genau. Dann... Ja. Und du hängst natürlich mal wieder. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wenn der hier mal eine Runde sauber rumgekommen wäre. Aber ja, dafür hat die Karte einfach Vegetation und Bäume und... Ja. Alles nicht so einfach hier. Eigentlich. Da wird's auch interessant, ob das Feldrand-Silo hier irgendwann dann als Silo benutzt werden kann. Oder ob das nur... Nur Zierde ist. Jetzt hat er schon durchdrehende Rave. Okay. Müssen wir mal... Schnell wieder gucken, was der so macht. Und der... Hä? Wo bist du denn? Ach ja. Das war irgendwie zu kurz. Gut. Dann... Hauen wir den nochmal... Raus hier. Wir machen das Ganze nochmal von vorne. Ich würde jetzt mal interessieren, ob das funktioniert. Wenn ich hier eins... Okay. 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 Shit. Falsche Richtung. Nee? so dann noch mal das ganze spiel hier schauen wir uns das mal schnell an eine runde jetzt wird es wahrscheinlich hier vorne wieder mit den punkten nicht hin doch hier wird es passen jetzt scheint es aber zu funktionieren das sieht gut aus genau so dann diesmal mit dem man schnell noch hier weiter dass man mal ein vorgewöhnlicher haben und dann sollte der eigentlich von selber klarkommen ohne unsere hilfe beziehungsweise eigentlich könnte man wieder selber dreschen aber schon ewig nicht mehr gemacht jetzt nur immer häxler gefahren und abgefahren und ja alles mögliche aber schon ewig nicht mehr dreschen gewesen ja wenn die felder ein bisschen größer werden dann wird es sich auch rentieren hier mit gps zu fahren aber so groß sind die felder einfach nicht beziehungsweise warum eigentlich nicht machen wir das mal gps an und noch mal das hier das passt eigentlich gps aktivieren dann gucken wir uns mal hier rein und ich sehe schon wieder wir haben ein part ende erreicht ich bedanke mich fürs zuschauen mal wieder würde mich freuen wenn du morgen wieder dabei seid und bis dahin ciao ciao